Hallo meine Lieben, schön seid ihr dabei, euer Payne ist es auch und heute kommen wir zu einem anderen Apex Legends Video. Und zwar muss ich echt sagen, das ist das beste Update mit Abstand, was Apex gebracht hat. Es macht wieder Bock das Spiel zu spielen, sie haben so viel Neues gebracht, sie haben keine neue Legende gebracht, aber alle Legenden haben ein Update gekriegt, es wurde etwas gemacht, endlich benutzen die von Respawn, EA, wo auch immer, benutzen endlich mal die Gehirnzellen und denken, hey wir müssen was verändern, wir müssen was verbessern und endlich haben sie es hingekriegt. Ich finde es cool, die Legenden haben jetzt alle noch spezielle Fähigkeiten, finde ich echt gut, teilweise sind Legenden besser geworden, teilweise sind es noch fragwürdig, wie das funktionieren sollte, aber es macht echt, echt Bock. Und ich finde auch mit der neuen Ability, wo die Legenden haben, habe ich auch eine neue Lieblingslegende, also ich habe sie schon länger, schon als Lieblingslegende, aber ich zocke sie wieder viel öfters. Und zwar ist es die Mad Maggie, es macht echt Bock mit ihr zu zocken, weil ich spiele gerne mit der PK als Secondary, natürlich als Metawaffe Nemesis oder R301, auch wenn sie schwächer gemacht wurde, ist sie immer noch eine Beamer, Lasermaschine. Echt, echt cool, müsst ihr unbedingt ausprobieren, Apex Legends macht echt, echt Bock. Ich bin übrigens ThePayMantis, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid, ich mache Videos über Apex Legends, Battle Royale, auch über Survival Games und vieles mehr und mit deinem Abo bist du natürlich dabei und verpasst nichts mehr. Heute geht es eher darum, wie gesagt, ich spiele die Mad Maggie, ich werde auch ein paar kleine Kurzvideos über Mad Maggie zeigen. Wieso finde ich sie die beste Legende, ist für mich, das ist meine Meinung, ihr müsst natürlich eure eigene Meinung holen. Sie haben sehr viele neue Features gebracht, wie gesagt, mit neuen Features haben sie natürlich auch viele Bugs mitgebracht. Der eine Bug ist extrem lustig und zwar, wenn man da im Firing Range, wenn man während dem Resen die Legende wechselt, übernimmt jeweils die nächste Legende den Heal Room, sowie auch die Fähigkeiten und das kann echt, echt, echt lustig sein. Das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren, ich zeige euch einen kleinen Ausschnitt, wo ich das erfahren habe, wie ich da abging. Bleibt dran. Beidee. 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 Ja, eben, das ist echt lustig, Firing Range hat auch jeweils, man kann jetzt unendlich Munition haben und sie haben es echt cool aufgebaut, man kann jetzt auch alles einstellen mit Firing Range, also sie haben echt angefangen, das Spiel positiv zu verändern und es macht auch Bock. Ranked verändert sich alle 24 Stunden, die Map finde ich auch cool, man kann jeweils, wenn man sagt, die Map mag ich nicht, spiele ich halt morgen und dann spielst du bei den anderen Maps. Und das macht natürlich schon richtig Bock, also es macht wirklich, wirklich Bock und wie gesagt, ich spiele oft jetzt die Mad Maggie, Rampert gerne als Defensivlegende und Movement spiele ich halt gerne immer noch Pathfinder, Seer haben sie ein bisschen kaputt gemacht, schade, Bloodhound hat eine neue Ability, da komme ich noch nicht damit klar, aber ist okay, man, ist gut, also es verändert sich schon positiv. Und jetzt habe ich noch ganz geil die drei geholt und es macht immer so ein gutes Gefühl, wenn du das ganze Team holst. Ja, ich zeige euch noch ein paar Clips und ich danke euch, dass ihr dabei wart und peace out, meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Ah, ich zeige euch noch ein paar Mal, bis zum nächsten Mal. Ich zeige euch noch ein paar Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Einer ganz low. Noch einer low. Cracked. Fast. Er ist low. Einer hier noch. Wo? Von irgendwo hinten, ich habe jetzt nicht genau, bin schnell weg. Spann. Speicher. Stab. billing. Schreiber. Schreiber. Wenn du Schritt bist, doch. Kroo. Schreiber. Gebra. Oh mein Gott dein Leben Oh hey, how's it going?